Lupinchen, die legendären Aminosäuren-Tabs und zwar nicht einfach nur irgendwelche Eiweißbausteinchen, sondern die Eiweißbausteinchen dieser phänomenalen Pflanze. Seit 15 Jahren stehe ich hinter dem Produkt. Es ist mir eine absolute große Freude, eine top verbesserte Rezeptur liefern zu können. Das Lupineneiweiß, nicht nur die Pflanze mit dem höchsten Eiweißgehalt, das weltweit einzige Eiweiß, das beim Verstoffwechseln eben keine Säuren bildet. Und deswegen nehmen wir dieses Eiweiß, veredeln es mit Vitamin B1, mit Vitamin B12, mit Moringa, mit Aloe Vera. Eine Rezeptur, die es so noch nie gab. Und jetzt haltet euch fest, endlich auch in so richtig, richtig lecker. Drei Tabs vor Kohlenhydraten sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel stabiler bleibt. Jetzt pusht so ein ganz klein wenig den Stoffwechsel. Wir sind schneller satt, wir sind länger satt und können trotzdem alles genießen. Ob wir es essen oder trinken und nochmal, ihr habt die drei Tabs jetzt in Lecker. Also, der Blutzuckerspiegel, den Blutzuckerspiegel, ein wenig den Blutzuckerspiegel, ein wenig den Blutzuckerspiegel und ein wenig da. Untertitelung des ZDF, 2020